. Und ich habe gesagt, dass ich das nicht akzeptiere, weil ich die Rechte für meine Familie hatte. Wenn wir die Realität des Indigenes zeigen können, was wir sind. Man muss es auf den Ministers zeigen. Ein Gesetz zu sein, auf europäischer Ebene, muss ein Gesetz sein. Man muss die Natur und in der Natur definieren, welche Regeln müssen wir folgen, um es sustainable zu machen. Ich hoffe, dass wir die Bescheid haben. Ja, für die Bescheid. Ja, für die bessere Ebene. Ich weiß immer, in meinem Herz, dass die EU nie gesagt hat, »Ireland, keine mehr Nets aus Ihrer Kost.« Das ist ein Problem. Wir gehen von 500 Millionen bis 2,000 Millionen. Nr. 2. Die Indigenes Menschen haben das Recht, zu ownern, nutzen, entwickeln und kontrollieren. Es ist ein klassischer Beispiel, die Mitglieder der Mitglieder der Gemeinde spielen, und brussels, brussels, auf gegen einen anderen. Die Indigenes Menschen haben das Recht, zu machen. Ich bin als death rowend. Das ist ein klassischer Ebene. Die Indigenes Menschen auf dem Weg, aus der anderen Seite. Die Indigenes Menschen ist ein wichtiges Problem. Ich bin als Behindert. Ich bin als auf den kleinen Stellen,